Andi, nur weil du in die ICE gekotzt hast, bist du noch lange nicht bahnbrechend. Wo ist eigentlich der Aki? Das ist alles so unnötig hier wie die Länderspielwoche, die ja unter dem Motto steht Reisen vor den Ruhetagen. Für so eine Qualifikation, für eine scheiß WM, wo eh keiner mehr Bock drauf hat. Gegen Rumänien und Nordmazedonien. Richtige Kracher. Am besten doch in diesen neuen schwarzen Trikots vom DFB. Das ist der Trauerflor für die EM. Stefan, was liegst du denn schon wieder auf dem Platz? Sammelst du Laub für den Blätterteig? Pff, ist rüber da jetzt, Mensch, ey. Wo ist eigentlich der Aki? Boah, ey, nervt wieder, ey. Scheiße da echt, ey. Sorry, Trainer. Ich hab meine Uhr schon umgestellt. Vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, oder was? Komm, mach dich warn, du Dorf, ey. Von Samstag auf Sonntag ist wieder Zeitumstellung. Da hat die komplette Mannschaft wieder ein Jetlag. Na, diese scheiß Ausreden. Trainer, in der Stunde, die uns jetzt fehlt, wollen wir eigentlich joggen gehen? Na ja, sicher, ey. Die Uhr wird ja eine Stunde vorgestellt. Da hat mein Andi die Morgenlatte nicht im Bett, sondern im Bus. Trainer, ich hab übrigens nächste Woche einen Termin bei die Höhle der Löwen. Die Zoos haben doch zu. Was? Was? Nee, bei der VV-Sendung. Ich hab eine richtig gute Idee, eine richtig geile Erfindung. Aha. Ja, komm, da ist die Kamera, dann kannst du mal zeigen, was du kannst. Ja, Tag, liebe Löwen. Ich bin im Aki und ich hab eine richtig gute Erfindung. Und ich brauch für mein Unternehmen von euch 300 Euro und dafür kriegt ihr 10% von meinem Unternehmen. Was? Sag doch gleich, du brauchst 10 Kisten Pilze und die kriegen einen Pfand. Was denn das eigentlich für eine Erfindung? Also Freunde, in der Kreisliga gibt es ja gerne mal was aufs Schienbein. Und da habe ich die perfekte Lösung. Und zwar, knickknack, dem Schienbeinschoner von Akinat. Das kommt hier rein. Boah, sag mal, dem ist doch ein Frühstücksbrettchen vor mein Guthron. Wo hast du das denn her? Das habe ich in der Kabine gefunden. Oh Mann, mach dich warn, du doof, ey. Knickknack. Da krieg ich aber 10% von ab. Ja, und in der Bundesliga, da ist in Leverkusen, machen sie jetzt, der mit dem Wolf tanzt. Ja, und der Eberl in Gladbach, der hat alles schön verarscht. Also hübsch verarscht. Ganz ehrlich, Xavi Alonso, ey. Den kannst du nehmen, wenn bei Hugo Boss mal ein Model fehlt. Aber der ist doch kein Trainer. Kevin! Boah, ey. Der ist so hohl. Der hat letztens mit dem Mädel geflirtet und sagt, ich hätte gerne deine Figur. Das Mädel, Kevin, wir spielen Mensch, ärger dich nicht. Hör auf zu schummeln. Echt, das ist... So, Aki, komm ran da jetzt. Auf. Also, los geht's. Liebe Löwin, ich bin dem Aki. Halt die Fresse jetzt und zieh den Schiebeinschoner an. Echt, ey. Nix kapiert. So, komm. So. Hey, Xavi, haben wir einen Deal? Nee, aber du ein Brett vor dem Korb. Für 300 Euro gebe ich ihnen 10% von meinem Unternehmen. Wir waren auf. Vielleicht. Also. Okay. So, alle durch dritte, mil Char sonnen.